Die Zigaretten noch? Sie können sie zählen. Nein. Gab es mal einen Moment in Ihrem Leben, wo Sie gesagt haben, ich glaube, Sie haben mit 15 angefangen, gab es einen Moment, wo Sie gesagt haben, nein, jetzt will ich doch mal aufhören. Nach dem Kriege, da haben wir unsere Raucherkarten verkauft, um dafür Brot zu kaufen. Da haben Sie tatsächlich eine Zeit lang nicht geraucht. Das Brot war Ihnen wichtiger.